Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem tollen Spiel Super Mario 3D Ich glaube das liegt an der Doppeltröhnung die du dir eingestellt hast Du guckst genau grad wie Plessy, Moment, warte mal kurz, warte wenn sie sich umdreht Genau so guckst du gerade, genau wie Plessy jetzt Los geht er rein Im letzten Part haben wir ein paar Welten hier abgeschlossen, wir haben noch einmal Pampam in den Pampam Po getreten Und sind eigentlich relativ gut vorangekommen finde ich Und jetzt sind wir wieder bei einem weiteren Plessy Level, obwohl wir im letzten Part ein weiteres bereits auch hatten Ich bin gespannt was jetzt werden Geht relativ schnell, windende Wassergänge heißt es Na los Das geht ja gut los Ich glaube gerade bei den Plessy Leveln ist es immer extrem schwer alles beim ersten Versuch zu kriegen, finde ich Also weil man halt so wenig Chance zu reagieren hat Try and Error mäßig Wir können auch springen Ja wollte ich eigentlich auch, aber irgendwie Oh, Moment mal, was ist das denn für ein Block? Das machen meine Wasserblöcke aber nicht in der freien Natur Deine kaputt Achso Die bleiben wohl einfach nur stehen Aber wir sollten, ja genau, das wollte ich auch Meine Idee Oh Ich habe dich zu einer Cat gemacht Aber jetzt magst du gar kein Wasser mehr Oh Katzenwäsche Katzen brauchen feuchtbar viel Musik Ja, da ist der Stempel übrigens links gewesen Das ist wunderbar, da ist mich fast in die Staffel gedrückt Absicht Warten, warten Warte doch, Mann Ich kratze doch nicht in den Rücken Aber ey, juckt doch gar nicht Ich bin Pet-Rücken Was machst du denn da? Quatsch Ja, merke ich schon Ja, genau So Pass auf, wann du dich zerplatzt Hol du mal Und so Äh, ja Du machst das schon Nicht springen Nein, sei keine böse Katze Aber ich mache Ey Böse Katzen springen ihren Besitzer immer auf den Kopf Und das sollst du doch nicht machen Ich komme hinterher Moment Moment Schön Da geht es höher auch noch, glaube ich, oder? Ja, die siehst du Da geht es zum ersten Grünstein Hol ihn dir Yay Gute Mutes Und jetzt kommt der Plessy-Abschnitt Natürlich Was willst du uns noch sagen? Hallo Okay Na dann Katzi Juhu Zum Glück ist hier ein Save-Point Den Weg nehme ich mal an Äh Naja gut Ist noch nichts Hier ist ja einfach mal gar nichts Das ist vollkommen okay Ach, warte mal War das das Level, was ich so ätzend fand Weil du hier eine Feuerblume brauchst Obwohl du gar keine bekommst In dem Level Ne, das ist hier oben Was? Warte mal Das finden wir gleich heraus Genau deswegen Moment, ich bin zurück Ich bin jetzt raus Ja, da ist was, glaube ich Oder? Ja, da ist was Du musst auf Erste etat Richtig Okay Ah Sehr schön Fände ich ja persönlich sehr sexy Das war schön versteckt Wow Ich finde es gut Mario landet von höchster Höhe Ne, auf dem Boden Ne Und anstatt zu sagen Ah, mein Knie Es ist gebrochen Macht er Ha Ich bin gelandet Gehst du rechts Und nach links? Ja, können wir gerne machen Aber wir können es nicht gleichzeitig machen Ist anladet Achso Das ist der gleiche Weg Die will ich Die will ich So Eine Kiste Juhu Pass auf Das war nicht geplant Was passiert hier? Oh Das ist gemein Sehr, sehr cool Aber gemein Mehr cool Uh, uh Ja, Luigi Give mine Ja, jetzt geht es wieder runter Hey Warte Noch nicht da reingehen Noch nicht da reingehen Ich glaube auch, dass da oben was ist Oh Mr. Wolke Und Das machen meine Wolken eigentlich nicht Deine vielleicht nicht Was hast du denn für Wolken bei dir in Chemnitz? Cool Ja, ich glaube auch Gut, dass wir denselben Einfall hatten Yep Hey Was ist zum Der hätte vielleicht nochmal den Sprung machen sollen, oder? Ich glaube Dürfen wir noch Nee, wir sind in einem ganz anderen Bereich jetzt, oder? Yep Das haben wir effektiv verkackt Oh, wir sind am Ziel Naja Was soll noch großartig kommen? Wir waren beim letzten Stern Gut Ja, okay, du hast recht Dann werden wir den nochmal jetzt zeigen Dann habt ihr keine Feuerblume Nee, dann kommt das noch Es gibt ein Level, was so dreckig ist Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Mh, Kaulquappe Wieso niedlich? Gibt's erst ab hier, oder? Also seit diesem Spiel, meine ich Kann sein Nein, die gab's doch schon in Pikmin Oh Überraschend Gut, ich würde sagen, wir machen den letzten Stern nochmal Ja Was kriegen wir denn jetzt schönes? Ein paar Schäden Vielleicht jetzt im Rätselhaus Nee, Toadhaus Okay Okay Speichervorgang Und ab zum Stern Wolkenaction Okay Wenig Turbulenzen Wir sind wieder oben Das ist ja super Wow Wie man sieht, sehr wenig Turbulenz Ich glaube, es bringt nichts, wenn du mir jetzt noch hinterher zuckerst Doch, ich kann das Toad kriegt alles hin Woohoo Boah, das war wieder so knapp Man muss das hier mit der Katze machen Ja Okay Jetzt haben wir ihn Okay Tja, das war Jetzt sehen wir uns wieder auf Overworld Ja, wir können doch noch reinspringen Ach ja, stimmt Das stimmt ja Das ist ja gleich hier Die paar Zentimeter Ey Du denkst, wo du stehst über mir Wie bei Sponcho Hey, du glaubst, wo du stehst über mir Genau darauf wollte ich hinaus Tja Das Blatt hat sich gewendet Du hast mich in die Stachen geschmissen Du hast mich davor in die Stachen geschmissen Nein Nein, du hast deinen Kopf an meinen Fuß gedrückt Du hast deinen Kopf an meinen Fuß gedrückt Nein, du hast deinen Fuß an meinen Kopf gedrückt Warum wird die Schuhe draus? Nein, nein, nein Da ist Schuhe nämlich Fingergeste Okay Ja Was? Nächstes Level Ein Licht im Dunkeln Mein Po garantiert Das war auch Oh, Lichter Ich entsinne mich, dass diese Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Hey, ich weiß nicht, ob es das Boo-Level war Aber ein Boo-Level war halt wieder so gemein Nehmen wir auch eine Dass du halt einen bestimmten Charakter brauchst Für einen Stempel Ich glaube, das war sogar das Haus hier Hey Mann Nicht wegleuchten Guck ihn an Zeig ihm, wie hässlich er ist Ey Mann, was machst du denn da? Bist du des Wahnsinn? Siehst du da, Luigi brauchen wir Glück gehabt Du bist Luigi Das ist ja wirklich Tadaa Wah Du musst da einfach drauf springen Und jetzt hoch springen Gut gemacht Und jetzt können wir hier übrigens runter Weißen denn die Geister? Wir können hier runter Äh, Boo-Hos? Nein, die anderen, die keine Boo-Hos sind Ich weiß es nicht Das ist nur ein Spiegel Ja, ja, den Trick kenne ich aus Peppermario Das ist bestimmt ein Spiegel Ich weiß, ich weiß Das ist aber ein blüder Name Ich habe gerade den Knochen trocken gekillt Was machst du denn denn? Hey Jetzt hast du deinen Deinen tollen Ding verloren Nein, auch nicht Jetzt hast du ihn verloren Oder? Nein, noch nicht Glück gehabt Was unterstehst du mir denn für Dinge? Na eben Wow Wow Du Wahnsinniger Ich habe gar nicht gewacht Dieses Random Aufheben ist echt tödlich Ich habe gar nichts Das finden wir gleich heraus Du hast recht Voll ins Gesicht geschlagen Ah, nachfüllen Wunderbar, schon besser Irgendwas hier noch? Oh Hey Oh, ähm Der kommt sicherlich zurück Hoffentlich Ich renne mal hinterher Oder wir gehen einfach mal wieder raus Wie ich die Tür auch immer öffne Da ist auch ein Weg gewesen Wie ich auch immer die Tür öffne, indem ich Ja, irgendwie Wieso? Witzig Ich komme mir vor wie so ein Pixar-Animationsfilm Ich dachte, man muss noch langlaufen Das ist ja dumm Hier müssen wir Nach da Uh, gerade so geschafft Das war übrigens gerade echt fies Oh Ich habe keine Lampe So, gerade noch so Ein Stern fehlt uns noch Das war Mir viel zu knapp Oh Moment mal Garantiert die hier Ich nehm die Ich wusste es Ich habe glaube ich wirklich recht gehabt Ja Tatsächlich Oh, na toll So eine Plattform auch noch jetzt Hier, Rampensau Ich werde so ein bisschen Licht gar nicht hinbewegen Wow, das war knapp Oh, toll Ich habe doch gar nicht Es geht mal zu knapp Wow, du hast mich fast runtergeschossen Oh, das wird jetzt natürlich angenehm Ich kann nicht mal landen Könnte ich das versuchen Nee Oh, danke Ich habe doch gar nichts gemacht Das ist gar nicht wahr Klar Das war jetzt auch ganz schön clever Wow, das war fies Oh Das war jetzt nicht unbedingt schwer Hm, hm Aha Wow, das war ein super Sprung Huch, da sind noch Boos erschienen Aber ist uns völlig egal Ja Warum sagt der immer Mew Ist ja auch egal Na, weil der Der ist voll das legendäre Pokémon Ach so Ist jemand Deutscher? Nein Nein Das erklärt alles Der Holocaust wurde mit dieser Punktzahl erklärt What? What the fuck Was ist das mit der Welt von mir? Oh Oh Lava Hm Speichervorgang Aus dem Weg Oh Ist so weit war der Weg dann doch nicht Hm Oh, Rätselhaus Oh, schön Oh Gott Zehn Sterne gibt es hier schon Krallen raus im Rätselhaus Es wird was mit Katzen werden Haha Haha Garantiert kriegen wir dann die Glocke Blup Hm Ich werde da Katzen tot Find ich ganz cool Willst du mich anstinken? Hm Hm Ganz gar nichts Hm Holy dear Schlaues Tier Hm Das ist eigentlich best angenehm Das war bis jetzt angenehm, ja Ich glaube, wir werden uns so übel auf den Sack hier gehen Oh, das geht jetzt schon gut Ja, sag ich ja Wir werden uns noch hier richtig auf den Sack gehen Das gegenseitige auf den Kopf springen wird das Schlimmste Und heben Oh, das war absehbar, was man machen muss Ja Man muss halt extrem schnell einfach reagieren hier Ähm Hm Da hoch Man muss Oh Man muss eigentlich gar nicht Dagegen attackieren, weil ich es gerade Oh, noch mal Das war knapp Oh, ich war schon Das war alles geplant Hey Ja, shit Ja, genau das Okay, das ging aber nicht War auch okay Ja, das ging auch Man darf aber einmal Man darf hier seinen Katzen-Suit nicht verlieren Sonst hat man verkackt Wirklich Boah, weiter Noch zwei Du schaffst es tot Oh toll Das ist schlecht Och Das ist zu zweit echt nicht Scheiße Das muss man alleine machen Da bleib ich hinten stehen oder so Oh, wie schade Aber immerhin kannst du die Sterne behalten, die du bisher eingesammelt hast Toll Also da stehst du zu zweit wirklich nur am Weg Ja Oh, du hast deinen Katzen-Suit verloren Warte Dumm Warte, warte, wir holen uns noch einen auf Reserve Ja Sogar zwei auf Reserve Warum nicht? Bin ich dafür? Aber wir brauchen nicht drei Man kann nicht drei haben Auf Reserve Übrigens, was ich dir nochmal sagen wollte Du haust mich übrigens immer runter, wenn du die Attacke gegen die Wand machst Das brauchst du nicht Du brauchst nicht die Attacke machen, um dich an der Wand festzuhalten Warte Du musst nur ein Nein Du musst nur den Sprungangriff gedrückt halten sogar Also du kannst Sprunggedrückt halten Das war es leichter Oh Stimmt, ja Und da greifst du mich nicht aus, dass du immer an Das ist ganz nett Oh Was machst du machen? Ich renne vorbei Ja, ich glaube auch Was machst du? Das geht genauso Du schaffst es Irgendwie komme ich nicht so damit zurecht, wenn ich den Angriff nicht drücken darf Das ist so eine Stelle da Das ist kacke Soll ich, wenn das zweite, also das dritte, dann kommt das auch machen? Ja Ich glaube, wir müssen fast schon wieder an der Stelle sein Noch nicht gar passt Hol du den Ich hänge mal So, du bist jetzt Deine Runde ist jetzt Go for it Ey Eine Runde noch Oh Oh, die fallen ab, ey Das schaffen wir Das schaffen wir Das schaffen wir Unglaublich synchron Boah, war das knapp, ey Wirklich knapper als du wollt Fett Uh Level B endet Schön Und der Part ist auch B endet Uh Okidoki Ganz viele Sterne Coole Sache Wunderbar Das klappt doch wunderbar Was willst du uns sagen? Oh Wow Tief Inhaltig Im Endeffekt kann man das sogar tiefgründig auslegen Das stimmt, ja Auslegen kann man vieles, wie man will Boah, das geht noch voll lange Da kommt ja links und rechts noch ein Level Ja, das ist super cool gemacht, Mann Aber ich würde mal sagen Wie heißt die Welt? Äh, Wumpelentferno Das war mal Jetzt sind wir gerade bei meinem Part, ne? Ja Ok, dann im nächsten Part wieder bei Eling Wumpelentferno Richtig Und bis dahin Bye Bye